Moin Leute, wenn man sich die Kommentare so durchliest, dann sind die Erzengel-Guides und der Druiden-Guide, der ja bisher rausgekommen ist zu diesen Monster-Guides, anscheinend ein Format, was ihr ziemlich feiert und deswegen dachte ich mir, alles klar, dann machen wir das doch weiterhin und wir gucken uns heute mal ein bisschen genauer an, was der gute Mark hier vorgeschlagen hat. Der wollte nämlich ein Video zu den Ifrits und ihr habt hier bis zu sechs Leute, haben hier zugevotet, wir hatten noch viele andere Vorschläge, muss ich dazu sagen, ein paar haben sich auch gedoppelt, ich würde es in der Zukunft so machen, wenn ihr Monster, ihr könnt gerne wieder verschiedenste Monster-Vorschläge für weitere Guides unter die Kommentare reinschreiben in die Videos und was die Mois meisten Upvotes bekommt, das wird für mich das nächste Video dann sein, was ich dann machen werde. Ich habe schon so Sachen gesehen wie Beast Rider, wie irgendwelche Vier-Sterne-Monster, die wir uns nochmal angucken sollten, Ifrits, hier ist das nächste Ifrit-Video, der gute Tyson aus dem letzten Video zu den Druiden, der hat ja auch noch eine riesen Wunschliste gehabt, der werde ich mich natürlich auch nochmal nähern, aber eins nach dem anderen und ich würde sagen, wir gucken uns heute ein bisschen genauer die Ifrits an und schauen mal, wie man die eigentlich baut und würde sagen, wir starten rein ins Video. So, den ersten Ifrit, den wir uns mal in der Reihe der Ifrits anschauen wollen, ist der gute Tesarion. Tesarion ist ein Monster, was viele Leute, zumindest wenn ich das aus der Monster-Info so mehr angucke, was viele Leute falsch bauen, also wirklich, wirklich falsch bauen und man kann wahrscheinlich auch viel falsch machen, wenn man sich das so anguckt, weil kommt das natürlich jetzt hier nicht so viel, sag mal, Daten rausrückt, was so die Skills angeht, dass man irgendwie sagen könnte, okay, man muss sich nur so auf die und die Art runen. Wir gucken uns mal für die Unterhaltung am Anfang so ein bisschen an, wie man ihn nicht baut, ja, also da haben wir hier so ein schönes Beispiel gefunden, so baut man ihn nicht, also hier ist so Video-Ville, ja, aber wir bauen ihn nicht auf Flat Attack auf Slot 2 und wir bauen ihn auch nicht auf Flat Attack auf Slot 6, bitte nicht und overall, wenn ihr euch das hier so anguckt, man sieht hier, okay, hier ist ein Video-Ville-Beset drauf, hier sind sogar Artefakte drauf, die sind sogar plus 12, ja, und dann guckt man sich hier die Stats daneben an und denkt so, ähm, wo sind eigentlich die Werte, also hier fehlt irgendwas, ihr werdet das gleich sehen, wenn wir uns mal angucken, wie man Cesarion richtig baut, also wenn ihr das mal so seht, das Schöne ist, positiv ist vorweg, er hat ACC, das ist schon mal nicht schlecht, also da hat schon mal jemand wenigstens verstanden, dass man die Debuffs hier drauf haben will, okay, ja, aber der Rest ist quasi nicht existent und Video-Ville, super, es gibt auch noch andere sehr interessante Builds, würde ich sie mal nennen, wenn wir uns den Kollegen da drunter einfach mal anschauen, der hat ein Rage-Set, er hat sich für ein Rage-Set entschieden, er wenigstens hat das schon mal Speed of Slot 2 und overall mehr Stats, aber ja, auch nicht gut, ja, der Kollege hat ganze 14 Speed, ein Rage-Set mit 115 Crit-Damage, auch interessant, äh, also, wir machen das weg, bevor das Schaden anrichtet, Leute, wir gucken uns jetzt mal Cesarion an, wie man ihn richtig baut und wir schauen uns mal die Fähigkeiten zuerst an, mit dem guten Mega-Smash zuerst, das ist quasi die Fähigkeit, die jeder Elfrit hat, die hat vorweg ein Speed-Scaling, ja, also das heißt, hier steht im Nachsatz, auch wenn ihr immer nur die ersten drei Wörter seht, lest, ich weiß, aber der zweite Satz ist nochmal interessant, die Angriffskraft wird dem Angriffstempo entsprechend erhöht und, äh, das ist wichtig, weil, dann heißt, das heißt, ihr solltet euer Speed nicht vernachlässigen, das heißt auch nicht, andersrum heißt das auch nicht, dass ihr wieder hier 300 Speed insgesamt draufhaben müsst, wobei das eigentlich ein lustiger Test mal wäre, aber ich glaube, ihr braucht halt, ihr braucht halt hier insgesamt nur für euren Cesarion, so um die plus 100 Speed, das wäre schon sehr, sehr gut, das zu anzupeilen, dann habt ihr genug Speed, also dann seid ihr erstmal auf der richtigen Seite, ansonsten habt ihr hier noch kontinuierlichen Schaden, der mit dazukommt, auf der ersten Fähigkeit, auf der zweiten Fähigkeit einfach nur ein Triple-Hit, der noch einen Deathbreak verursachen kann, dann kommt jetzt das, was Cesarion quasi zu einem der besten Elfritz macht, wenn nicht sogar den besten, äh, das ist ein Passiv, der Passiv wurde letztens sogar noch, also vor einigen Patches, noch nicht so lange her, also vielleicht ein Jahr, ich hoffe, dass es ein Jahr ist, äh, wurde der, wurde der Passiv nochmal sozusagen verbessert, in dahingehend, äh, dass Feinde, die keine schädlichen Effekte auf sich draufhaben, quasi, dass die dann weniger Schaden an ihm machen, und sobald sie schädliche Effekte draufhaben, macht Cesarion an ihnen 30% mehr Schaden. Das überlesen viele. Und natürlich zusätzlich, äh, kann Cesarion mit jeder seiner Fähigkeiten dann noch den Oblivion, also den Unbewusstheitszustand hervorrufen, und wenn wir uns mal angucken, wie wichtig dieser, dieser, dieses, ähm, Thema Unbewusstheit ist, dann gucken wir uns einfach mal an, wie viele Monster denn diesen Debuff haben, ja? Wie viele Monster haben Unbewusstheit? Aha, ganze vier, und, äh, eine davon ist ein D-Net-5, die sowieso nicht jeder hat, oder nur sehr, sehr glückliche Leute, die gerade auch ihre Oma verkauft haben dafür, ja? Also, das bedeutet, wir haben hier noch Juno und, äh, die gute Herne als Alternativen, aber eigentlich ist Cesarion die Free-to-Play-Unit, wenn es darum geht, Unbewusstheit zu verteilen. Was macht Unbewusstheit? Unbewusstheit schaltet quasi jegliche Passi was aus. Das bedeutet, ihr könnt zum Beispiel Beast Rider einfach so töten, wenn Unbewusstheit drauf ist, weil ihr Passis dafür sorgt, dass sie eigentlich absteigen, wenn sie den aber nicht haben, sind sie einfach nur Food. Das heißt, Cesarion, also, Beast Rider ist nur ein Beispiel, ne, es gibt zig tausend, wir haben so viele Monster, die Passivers im Spiel haben, K-Moon, ähm, also, da kann ich noch zig andere auf, 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 aufzählen, alleine schon, wenn man sich die Ifrit selber anguckt, die haben ja auch wieder viele Passivers, auch der Theomas Passiv kann hier ausgeschaltet werden, dass er quasi dann einfach stirbt, ne, ähm, oder wenn man sich hier den guten Elsharion hat auch ein Passiv, oder Verumoss hat auch ein Passiv, also so viele Monster im Spiel haben Passivers, weswegen ich sagen würde, dass Cesarion mit der beste Ifrit ist im gesamten Spiel, ähm, also, beziehungsweise unter den fünf Ifrits ist aus meiner Sicht der beste Ifrit, den man haben kann, zusätzlich hat er dann übrigens noch eine 41-prozentige Resistance Lead, auch nicht so verkehrt, ja, also Cesarion, wirklich ein richtig gutes Monster, die Base-Stats sind auch super fein und wir gucken uns jetzt mal ein bisschen genauer an, wie man den Kollegen eigentlich bauen kann und wie ihr ihn runnen solltet, um mal zu sehen, wie man es richtig macht. So Leute, als erstes gucken wir uns mal ein bisschen genauer an, den guten Red, ähm, von We are Pirates anscheinend, ja, der Red ist einer der Top-Leute, der momentan im äh, World Boss wieder mal verfügbar ist, ich greife mir die Leute immer aus den World Boss Scores, weil die einfach meistens die effizientesten Runen haben und, äh, wir gucken uns mal seinen Cesarion ein bisschen genauer an, ja, der übrigens auch ein, äh, ein, ein Theomas rumliegen, aber das soll uns noch nicht interessieren, wir gucken uns Cesarion an und da seht ihr schon, wenn man das mal vergleicht mit dem, überhaupt noch gerade aus dem Monster irgendwo gefischt haben, oh, hier sind ja Stats drauf, ne, und oh, der Kollege hat Speed. Also, das ist hier so die erste Variante, die ich euch schon mal zeigen möchte, ist sozusagen eine mehr tanky Variante in Cesarion. Ich werde euch jetzt drei verschiedene Bilds zeigen, wie man Cesarion bauen kann. Das ist die erste Variante, so ein bisschen mehr auf der, mehr tanky side, also dass ihr quasi mehr so auf Überleben getrimmt seid, äh, dass ihr noch recht schnell seid, also hier kommt quasi der Großteil des Schadens, kommt wahrscheinlich über das Tempo und, äh, ein Bild, das, was ihr an den Tag habt, halt noch rein. Ansonsten ist hier eigentlich das Ziel mehr überleben und debuffen. Ja, das ist sozusagen hier seine, seine Aufgabe, tippig mal, so, wo ist er dafür geruhnt? Er ist natürlich auf Vio-Ville, das hilft sehr und, äh, ist hier auf einem Speed-HP-Defense-Bild oder Speed-HP-HP, je nachdem, wie ihr das hinbekommt. Wichtig ist am Ende nicht, was für Runen ihr nutzt, also in den 2, 4, 6er-Slots, sondern am Ende, dass ihr nur die Stats ungefähr bekommt. Also, ich würde mal sagen, wenn ihr anfangt mit einem Cesarion, plus 100 Speed sind auch in Ordnung für einen tanky Cesarion, wenn ihr soweit natürlich noch nicht seid, was die Runenqualität angeht, wie der Kollege hier, äh, dann kann auch, reicht noch erstmal plus 100 Speed aus, das ist völlig in Ordnung. Ja, aber ich würde schon sagen, so an die 100 solltet ihr schon plus 100, solltet ihr schon rankommen, sonst wird es halt echt knackig. Und dann wirklich darauf achten, HP und Defense sind hier wirklich sehr schöne Werte, gerade der HP-Wert ist ziemlich ordentlich, äh, Defense ist auch fein, glaube ich, da kann nicht mehr, da hier, was ich mir hier eher wünschen würde, ist noch ein bisschen mehr Attack, aber da gehen wir gleich nochmal, also ihr seht so generell, Ifritz wollen fast jeden Stat, also eigentlich wollen die sogar jeden Stat hier eigentlich haben, der hier drin ist. Crit-Rate, Crit-Damage hilft ihm, Accuracy hilft ihm, Selbst-Resistance hilft ihm ein bisschen weiter, selber einfach keine Devaks zu kassieren und weiter zu überleben, aber overall wollt ihr erstmal hier oben, dass alles, alles passt, was ihr hier an, an Stats, an Speed, Def, Attack und HP habt. Vio Wille ist wie gesagt der Core, was hat hier noch so ein Artefakten drauf, selbst diesen noch nicht gemaxen, also ihr seht, hier ist auch noch, äh, das Artefakt könnte man noch maxen, aber das hat er wahrscheinlich nicht gemaxen, weil es nicht so gut ist, ähm, und dann ist hier sogar noch, uh, es wird sich ja schaden aber 108% des Speeds, ne, also das ist nochmal ein wichtiges Thema, Speed-Scaling-Damage ist ja auf Tesarion auch eine Nummer, die wichtig und nicht zu vergessen ist. Wir gucken uns jetzt nochmal einen anderen Bild an, der ein bisschen mehr in die Damage-Richtung geht. So, den nächsten Tesarion, den wir uns ein bisschen genauer anschauen wollen, ist der Tesarion von einem guten Spirangi, oder Spirangi, I don't know, äh, auf jeden Fall, der Kollege hat auch noch ein paar gute Ifrits rumliegen gehabt, hab ich gesehen. Das Schöne ist, wir sind kurz vor dem Free-Runde-Movie, da legen die Leute ihre Monster raus, weil sie die ja umbauen wollen, wahrscheinlich, und, ähm, hier ist ein Tesarion, der mehr, sag ich mal, in die Damage-Richtung geht, ja, also, ihr braucht doch generell, wenn ihr euren Tesarion mehr in die Damage-Richtung bauen wollt, ähm, dann ist natürlich Crit-Rate, Crit-Damage wichtig, aber ihr braucht aber auch nicht zu viel Crit-Damage, also, ihr müsst jetzt hier keinen 170 Crit-Damage-Tesarion bauen oder sonst was, also so um die 130 bis 150 Crit-Damage, was ich so gesehen hab, hier in den Top, ähm, Top-Leuten, das ist so der Crit-Damage, den man so anpeilt, mehr braucht's nicht sein, wichtig, wie gesagt, wieder die plus 100 Speed, ne, hier sind die 110 Speed drauf, und dann sehen wir hier auch schon, wie viel Werte der Kollege eigentlich, braucht halt hier plus 10.000 Leben, ist mal deutlich weniger, als das, was wir gerade gesehen haben, aber dafür sind ja nochmal 400 Attacken mehr dabei, und auch noch ein bisschen mehr Defense, ACC, Crit-Rate, Crit-Damage, also, der Kollege hat sich hier für einen Speed-Crit-Damage-Defense-Bild entschieden, sehr interessant, und trotzdem ist noch so viel Attack dabei, ne, also jetzt wirklich über die Sub-Stats noch einige dabei, auch an, an zusätzlichen Steps, auch eine schöne Rune hier, äh, um ihm nochmal richtig viele Stats zu geben, also Tesarion an sich ist halt eine Unit, die sehr viel von vielen Stats profitiert, und euch auch quasi dann belohnt dafür, äh, dass ihr denen ordentliche Runen gebt. Hier ist nochmal so, das ist quasi so ein Beispiel, wo man so eine Mischung aus, ähm, ein bisschen Tankiness, ist auch nicht zu viel Tankiness, um sich das dazusagen, dann sehen wir gleich noch ein besseres Beispiel, und versucht mehr in die Damage-Richtung zu bauen, äh, und gleichzeitig noch ein bisschen zu debuffen, also das ist, Tesarion ist hier wirklich eine recht gute Mischung, der ist noch ein bisschen auf der HP-Seite, würde ich sagen, könnt ihr noch ein bisschen mehr vertragen, aber, ähm, ja. Deswegen gucken wir uns jetzt nochmal ein Bild an, der vielleicht das Ganze noch so, wir haben gerade gesehen, an die beiden Versionen immer ein bisschen vereint, und, äh, das ist der Bild vom guten Roasted. So, und da sind wir auch schon beim Roasted auf dem, äh, auf dem Profil, und hier gucken wir uns mal auch den Tesarion an, und, äh, der Tesar sieht nochmal, oh, sieht nochmal deutlich besser aus, oh mein Gott, äh, wenn ich das so sehe, der sieht nochmal deutlich besser aus, äh, hier, wenn man sich die Overall Assets anguckt, der ist nochmal, also der 100, 116 Base Speed, ne, äh, 116 Speed plus Crit Rate, Crit Damage, hier seht ihr jetzt auch, ne, so 130 bis 150 Crit Damage ist eigentlich schon völlig ausreichend, ihr müsst anscheinend auch nicht so viel Liebe in die ACC packen, wenn ihr die natürlich habt, oder über Artefakte vielleicht noch rausholen könnt, ich weiß nicht, was hier in den Artefakten noch drin ist, was, äh, was die ACC angeht, aha, hier ist noch ein bisschen was an ACC drin, seht ihr, hab ich da gesagt, hier sind 90% für den Passiv und, äh, zweite Fähigkeit für den Defense Break, erste Fähigkeit ist nicht so wichtig, Dottet eh bloß, und Dott sind ja nicht so wichtig, aber die restlichen Sets, Leute, da was der Kollege hier schon mehr für eine Rundqualität draufhaut, äh, Speed, Crit Damage, HP, das sieht man, also die HP sind nochmal 10.000 mehr, als wir davor gesehen haben, mehr Attack und, äh, Defense sieht auch ziemlich ordentlich aus, die Defense ist ähnlich zu dem, was der, was der, was der Tank-Kollege vorher hatte, aber der hat hier quasi noch, der konnte hier quasi von der Rundqualität her nochmal einen drauflegen, also, so könnte auch ein Tesarion aussehen und der, äh, ist wirklich ziemlich, ziemlich zu gut. Overall kann ich euch zu den, zu den Ifritz sagen, wenn ihr mal selber mal vielleicht in die Wordbox-Scores reingeht, ihr werdet viel häufiger Tesarions finden, als andere Ifrits, zumindest ist es mir bei der Recherche aufgefallen, Tesarion ist halt wirklich eine richtig gute Unit, die kann man sowohl im Gehirn- und Belagungskampf nutzen, als auch in der Real-Time- Arena, vielleicht sogar auch in der normalen Arena, je nachdem, gegen was man so kämpft. Das ist nochmal ein richtig gut geruhender Tesarion, der wird richtig Spaß machen und Gehirn- und Belagungskampf, kann ich nur sagen, also das ist richtig gute Rundqualität und ich würde sagen, wir springen weiter zum nächsten Ifrit, was der gute Theomars sein wird. So, den nächsten Ifrit, den wir uns mal im Bunde anschauen, ist Theomars, der Wasser-Elfrit, ja, den kennt ja jeder eigentlich mittlerweile vorneweg wieder, die Monster-Info, tut's nicht, bitte, bitte nicht, ja. Ansonsten von den Spells her ist Theomars sehr ähnlich zu Tesarion, also die ersten beiden Fähigkeiten, Mega-Smash und Triple-Crush sind identisch, also nur dass sie halt eine andere Farbe haben und der Theomars halt vom Wasserattribut generell ist, ja. Aber, was ihn jetzt sehr unik macht, ist eigentlich sein Passiv, der König der Elemente. Und warum? Viele denken jetzt im ersten Moment an den, an den Aushalten-Buff, der Theomars immer kriegt, soweit er tot eigentlich sein müsste, dann kriegt er immer diesen Aushalten-Buff und kann dann quasi noch überlebenslange das Ding am Start ist. Was aber eigentlich hier der richtige Kicker ist, ist nicht dieser Buff, sondern, wie es der Name schon sagt, er ist der König der Elemente, das bedeutet, er hat gegenüber jedem Attributsvorteil, also übergegen jedem Gegner, bei jedem Angriff hat er Attributsvorteil. Bei jedem Angriff bedeutet mit all seinen Fähigkeiten, ja. Was heißt jetzt Attributsvorteil? Attributsvorteil bedeutet, dass ihr quasi 15% Crit-Rate vornewegschwache bekommt. Das bedeutet, für eure Ruhen, wenn ihr Theomars-Leute, wenn ihr Leute seht, die den Theomars geruht haben mit über 85 Crit-Rate, wisst ihr, die haben nicht ganz verstanden, was der Passiv macht und was Attributsvorteil bedeutet. Aber ich hoffe, mit dem Video jetzt wisst ihr, was das bedeutet. Zu dem Attributsvorteil gibt es auch noch deutlich mehr Damage dazu. Also ich glaube, du machst sogar noch mehr Schaden, wenn du im Attributsvorteil bist, irgendwie so wartet. Ich kann dir da nicht mehr ganz genau im Kopf. Ja, und der Passiv, nicht der Passiv, der Leader-Spell ist dann zusätzlich nochmal 24% Crit-Rate, das kennen auch viele. Und ja, ist auch ein schöner Overall-Leader-Spell, den man nutzen kann. Allerdings bitte nicht im BJ5, vielen Dank, sondern kann man halt generell nutzen. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich Theomars Leader-Spell fast nirgendwo einsetze. Also der ist schön, dass er da ist, aber ich habe ihn noch nicht so richtig in Aktion gesehen. Wie dem auch sei, wir gucken uns jetzt mal an, wie man Theomars richtig baut. Und ich zeige euch mal ein paar sehr, sage ich mal, von interessanten Bilds hin zu sehr starken Bilds, die wir uns mal anschauen wollen. So, den ersten Theomars, den wir uns hier mal angucken wollen, ist vom guten Zero aus der Gerequium. Und wir sehen ja erstmal auf der Insel schon wieder ein Overflow an fliegenden Net5s Bruder. Da sind jetzt hier, ich hoffe, Deepi guckt jetzt gerade nicht zu. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Pörners. Just saying, sechs Pörners. Uff. Also der gute Deepi, man kennt ihn vielleicht noch, der eine kommt du als Mitarbeiter aus der deutschen Community hier, der Kollege sucht ja gerne Pörners. Deepi, hier sind sie. Frag mal Zero. Uff. Alter, sechs Pörners. Ja moin. Auf jeden Fall gucken wir uns hier mal den guten Theomars an. Das ist so der klassisch gebaute Theomars. Speed, Crit, Damage, Attack. Nicht, so kennt man ihn eigentlich, ja. So bauen ihn viele auf Speed, Crit, Damage, Attack. Und dann halt ein bisschen mehr Stats noch overall. Also das bedeutet generell, eure Ifrids brauchen halt viele Stats. Ja, das kann auch Theomars hier nicht schaden. Also das heißt, hier ist noch Defense dazu. Neben Speed, plus 100 Speed wieder anpeilen. 100 plus 100 Speed. 500 Defense sind hier sogar noch drauf. 12.000 HP und dazu noch diese 1.400 Attack. Also das sind wieder sehr solide Werte hier auf eine Theomars. Generell weiß ich auch gar nicht, ob da vielleicht sogar noch ein bisschen ACC fehlt. Wobei ihr könntet mit dem Attributvorteil noch mit dazukommen. Aber es ist immer die Frage, wie man ihn zusammenspielt. Also ich glaube, ja, Theomars, also ich spiele zum Beispiel mein Theomars mit Lauren Franz zusammen. Ich meine, gut, da werden die Top-Tier-Leute nicht spielen. Ich bin jetzt keine Top-Tier-Spieler, aber die Top-Tier-Leute werden wahrscheinlich nicht Lauren Franz mit Theomars spielen. Aber wenn ihr halt einen Defense-Breaker vorneweg schon habt, dann braucht ihr wahrscheinlich mit Theomars nicht unbedingt noch einen zusätzlichen Death-Break. Obwohl mit dem Triple-Hit hat man ja generell auch eine recht hohe Chance, den Defense-Break trotzdem zu landen. Wir gucken uns jetzt mal noch ein bisschen weitere Theomars-Builds an, die auch sehr interessant sind und ein bisschen in eine andere Richtung gehen. So, den nächsten Ifrit, den wir uns hier nochmal angucken, ist vom guten Red. Ja, und der ist ein bisschen, sagen wir mal, anders gebaut, als das, was wir jetzt vorher gesehen haben. Der hat ja diesmal nur plus 100 Speed. Hier fehlen auch noch ein bisschen Defense aus meiner Sicht, ein bisschen HP und Crit-Rate, aber ich weiß gar nicht, ob der dazu quasi intended war mit der Crit-Rate, aber trotzdem, also ich glaube, wir würden nochmal locker so um die 15 bis 20 Crit-Rate könnten ja nochmal drauf zusätzlich. Aber der Kollege hat den hier auf einem ganz anderen Bild gebaut. Der hat den hier auf ein HP-Crit-Damage-Attack-Bild gebaut. Trotzdem, overall, sind die Stats, die man hier aus dem Theomars rausgeholt hat und trotzdem nicht schlecht. Ja, also der Durchschnittsspieler wird das wahrscheinlich nicht so einfach hinbekommen, sagen wir es mal so. Aber hier auch auf einem HP-Crit-Damage-Attack-Bild. Das heißt, so könnt ihr eure 100 Speed auch hinbekommen. Ich wollte jetzt vor allem hier auf diese 100 Speed nochmal eingehen. Also ihr könnt auch die 100 Speed hinbekommen, einfach indem ihr keine Slot-2-Speed-Rune nehmt, sondern vielleicht auch eine andere, die vielleicht euch dann wieder HP gibt. So wie wir Tales of Slot 2 hatten, eine HP-Crit-Damage-Attack-Rune. Das heißt, ihr könnt ja theoretisch, ihr könnt ja auch Attack-Crit-Damage-HP gehen, da seid ihr ja für Slot-2 und 6-Set könnt ihr ja flexibel tauschen. Oder Defense-Rune, je nachdem, wenn ihr sehr viel HP über die Subsets bekommt. Es wäre da auch eine Möglichkeit. Und speaking of Defense, wir gucken uns mal noch ein Bild an, der auch sehr interessant ist auf Theomars. Denn der nächste Bild, den wir uns hier angucken, ist wieder mal beim guten Spirangi. Ich glaube, da waren wir gerade schon mal drauf, was Tesarion angeht. Hatte ich ja gesagt, wir gucken uns den mal ein bisschen genauer an. Der Theomars hier sieht auch sehr lustig aus. Hier ist auch wieder nicht so viel Krit-Rate drauf. Ich hätte schon gedacht, dass man die 85 Krit-Rate anpeilt. Anscheinend schon der zweite Spieler, der eher so bei den 60ern rumdümpelt, sagen wir es mal so. Und der ist auch ein bisschen langsamer tatsächlich. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie er den Kollegen hier geruhnt hat. Der hat den hier auch auf gar keinem View-Set, sondern auf einem Rage-Set mit Defense-Crit-Damage-Attack. Rage-Frost. Also sehr wilder Bild, muss ich mal sagen. Also ich weiß jetzt nicht, dass ihr den nachmachen soll. Aber man kann ihn noch anders bauen. Aber ihr seht generell, wo die Reise hingeht, Theomars braucht halt viele Stats. Also hier ist halt deutlich mehr Crit-Damage drauf als auf den anderen, der Fritz. Auch deutlich mehr, sag ich mal, Defense und deutlich mehr HP. Also der Kollege stirbt wahrscheinlich nicht so schnell. Ist auch nicht so schnell. Kritet dafür ziemlich viel. Oder ziemlich hoch dann. Ja, ist auch ein sehr interessanter Bild, sagen wir es mal so. Ja, ich würde jetzt gar nicht schlecht reden. Ich glaube, der hat aber noch ein bisschen Potenzial, was die Artefakte angeht. Aber ich glaube, haben wir ja alle. Und Defense-Crit-Damage-Attack, Leute. So was geht zum Beispiel auch. Und der ist auf einem Rage-Set. Also so kann ein Rage-Bild auch aussehen. Nicht so das, was wir zum Beispiel auf dem Tesarion gesehen hatten. Mit einem Rage-Set mit 115 Crit-Damage. So ungefähr kann das hier schon aussehen auf einem Rage-Bild. Will ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ich glaube, Tesarion ist super eklig, wenn der einfach auf Vio ist. Das ist so das Bild, den ich empfehlen würde. Ein Vio-Bild. Aber ich wollte nur mal mit dem Bild zeigen, was man für Flexibilität noch haben kann in Slot 2 und 6. Und wie man da auch noch alternative Werte hinpacken kann. Man muss nicht immer auf Speed-Crit-Damage-Attack gehen. Man kann auch auf andere Werte gehen, wie ihr das hier ja gesehen habt. Ich würde sagen, das war die Familie mit Theomars. Wir gehen rüber zu dem guten Akamamir. So, den nächsten Infrat, den wir uns nochmal angucken, ist der gute Akamamir. Und der hat leider so ein bisschen an Redevanz verloren, habe ich den Eindruck. Beziehungsweise hatte der überhaupt schon mal richtig Relevanz. Vielleicht mal so, als es die riesen 10er-Stages noch gab. Aber mittlerweile ist der, glaube ich, auch obwohl sie jetzt vor kurzem, er ist noch ein bisschen länger her, aber ihm noch eine Speed-Lead gegeben haben und damit für jeden zumindest da draußen eine 24er-Speed-Lead verfügbar ist, ist Akamamir wahrscheinlich nicht so häufig gespielt. Das werdet ihr jetzt auch gleich an den Runen sehen, die ich euch gleich nochmal zeigen werde. Ich habe nicht so viele gute Runen gefunden, also nicht im Vergleich zu dem, was wir bei Tesarion gesehen haben. Also Tesarion, da waren ein paar Brecher-Runen dabei. Akamamir ist auch so eine Mischung, wenn man sich die Stats mal anguckt, irgendwie so eine Mischung aus Tesarion, also jetzt nur bezogen auf die Base-Stats Tesarion und Theomars. Also wenn man sich das mal anschaut, er hat ein bisschen weniger Attack als Theomars und ungefähr dieselben HP wie Tesarion. Ja, also so eine Mischung aus beidem und auch seine Spells gehen in diese Richtung. Megasmash ist wieder die erste Fähigkeit, die wir auch schon von den anderen beiden Elfritz kannten, da muss ich jetzt nicht viel zu sagen. Die zweite Fähigkeit ist, macht Schaden proportional als der Max-HP und stunt den Gegner mit einer 30-prozentigen Chance, die er nach oben gehen kann. Und Magcrush ist hier sozusagen das, was Akamamir sozusagen, ja, unique macht, wenn man davon reden möchte. Das bedeutet, dass er quasi für jeden schädlichen Effekt, den der Gegner hat, macht er 30 Prozent mehr Schaden und wenn der Gegner nur einen schädlichen Effekt trägt, macht er sogar 50 Prozent mehr Schaden und dann, wie gesagt, um jeden weiteren Effekt dann jeweils 30 Prozent mehr. Das bedeutet aber auch, wenn der Gegner keine schädlichen Effekte drauf hat, dann ist er ein bisschen nutzlos. Also das heißt, er braucht ein gewisses Setup, damit er richtig funktioniert. Man kann ihn zum Beispiel in so einer Art Slow Cleave in einer Realtime Arena spielen, habe ich zum Beispiel so mal gesehen, ja, wo man quasi dem Gegner dann alle Debuffs runternimmt und dann, ja, also versucht, den Gegner wegzukleaven. Ich glaube, das kann gut funktionieren mit dem Magcrush, aber man braucht halt ein gutes Setup. Und ja, deswegen baut man den wahrscheinlich auch, man sieht den nicht so häufig genau aus diesem Grund, weil nicht so viele Leute denken überhaupt in Teams, ja, was ich hatte so weiter schon mal in so einem Beginner-Video gemacht. Ihr müsst halt eigentlich, wenn ihr euch Monster baut, so eine Monster-Guides sind an sich, mal so an sich gesprochen, so eine Monster-Guides sind ganz nett, um mal so eine Richtung zu bekommen. Aber eigentlich wollt ihr eure Monster ja in Teams bauen und passt ja eure Teams so ein bisschen aneinander an. Trotzdem, Akamomir, gibt es halt nicht so viel, nicht so viele Einsatzmöglichkeiten momentan, glaube ich. Also, ich glaube, im Gegner- und Belagungskampf sieht man den auch gar nicht. Maximal in der Realtime Arena habe ich den schon mal gesehen. Vielleicht auch nochmal als AOE-Damage-Stealer für eine Cleave, auch in einer normalen Arena, aber sieht man, glaube ich, auch sehr selten, weil Wind-Damage-Stealer, da hat man Luschen. Wenn man einen Wind-Damage-Stealer braucht, dann Luschen. Und da würde Akamomir einfach hinten runterfallen. Deswegen, wir gucken uns trotzdem mal an, was so die Top-Spieler, wie die so Akamomir geruht haben, beziehungsweise die Spieler, die eine recht gute Ruhe-Effizienz haben, was die so für Builds auf Akamomir raufpacken, ist, glaube ich, recht interessant, das mal wenigstens zu sehen. So, eine erste Kollegin im Bunde, den haben wir heute schon zweimal gesehen. Ja, der hat auch einen Akamomir und der Kollege hier hat so einen sehr eigenen Bild, wie er seinen Elfritz baut. Er hat auf jeden Fall viele Monster, so. Und hier ist auch ein Akamomir dabei gewesen. Und der Akamomir ist auf sehr guten Ruhnen, würde ich sagen. Also, die sehen sehr effizient aus von den Werten hier. Plus 17.000 Leben, plus 1.400 Attack, 800 Defense plus 76 Speed nur. Ja, also das wundert mich für die Elfritz. Normalerweise immer so um die plus 100, aber der hat hier nur so plus 76. Und dann Crit-Rate 100% und 100 Crit-Damage. Und der Rest ist vernachlässigbar, weil er ja fast keine Debuffs macht irgendwie. Ja. Das bedeutet, was hat er denn jetzt für ein Ruhn-Set? Und das ist jetzt sehr interessant, er hat ein Gegenangriff-Qual-Set. Ja, das wundert mich sehr. Aber, ja, wo ist die Frage, für was er das benutzt? Auf einem Attack-Crit-Damage-HP-Bild. mit 24 Defense. Also, der hat auch keine schlechten Ruhnen da drauf, würde ich sagen. Also, die Ruhnen, die hier drauf sind, sind nicht so bad. Ja, also, die kann man sich angucken. Die Artefakte könnten nur noch ein bisschen mehr Liebe gebrauchen. Aber ich glaube, Akamomir ist immer die Frage, ob man so seine besten Ruhnen da auf Akamomir packen will. Ja, das ist so eine Möglichkeit, wie man Akamomir ruhen kann. Ich bin immer sehr gespannt, in welchem Szenario das hier benutzt wird. Ist das vielleicht was für Tom der Prüfungen? Ja, vielleicht kann man den noch im Tom der Prüfungen benutzen. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, was mir gerade so einfällt, Tom der Prüfungen, dass man vorher dem Gegner Defense breakt und dann halt viele Lots draufpackt und dann Akamomir reinspringt. So als Finish. Ja, wäre eine Möglichkeit. Ansonsten gucken wir uns einfach noch einen anderen Bild an, den ich jetzt noch gefunden habe. Oder noch zwei andere Bilds, die aber beide so in dieselbe Richtung gehen. So, und wir gucken uns nochmal von dem guten Charge aus der Gilde Daud den Akamomir an. Das ist auch einer der Top-Gilden. Allerdings immer mit Vorsicht zu genießen, was Akamomirs angeht, weil ich glaube nicht, dass er seine besten Ruhnen hier draufgepackt hat. Das sieht man auch an den Stats. Wir hatten das eben gerade bei dem anderen Kollegen gesehen. Die Stats waren deutlich effizienter. Wir sehen hier schon, dass hier noch einige dann Stats fehlt. Der ist zwar schneller, ja. Crit-Rate, Crit-Damage ist auch ganz fein, aber der ist mehr auf so einem Attack-Build gebaut. Hier fehlen aber noch deutlich mehr Stats, was Survivability angeht, also was das Überleben von Akamomir sichert. Und das sieht man auch hier, die sind keine Artefakte equipped. Aber es ist auch schwer einen ordentlich geruhten Akamomir zu finden, weil den halt auch niemand nutzt momentan. Speed-Crit-Damage-Attack ist der Kollege gebaut auf einem Tempo-Set. Ja, also, ja, die Runen sind okay. Also die Runen ist jetzt zum Beispiel nicht so der Knaller, muss ich dazu sagen, ja. Also hier sind, wie gesagt, ist die Frage, ob man so die besten Runen unbedingt auf den Kollegen hier packen will. Deswegen kann ich, es ist jetzt schwierig, hier einen richtig gut geruhten zu finden. Ich glaube, von der Runeneffizienz her war der erste schon der beste. Und wir gucken jetzt jetzt nochmal einen an, der mit in diese Richtung geht und nochmal ein bisschen anders gebaut ist. So, und der letzte Akamomir ist von der guten Asunayu aus der Gilde Aftermath. Und Asunayu hat Akamomir quasi so gebaut. Auch wieder recht viel Speed, ja, wieder plus 100 Speed so angepeilt. Aber man sieht hier auch wieder nicht die besten Hohnen drauf. Hier fehlt der Defense, hier fehlt der P. Dafür ist jetzt ziemlich viel Attack drauf. Also der wird wahrscheinlich entweder auch nur mit Attack-Crit-Damage-Attack oder Speed-Crit-Damage-Attack, aha, aber mit einem Fatal-Set dabei sein. Das heißt, hier geht auch nochmal viel Attack über das Fatal-Set noch durch. Auch eine Möglichkeit, wie man Akamomir baut. Aber ich glaube, viel mehr möchte ich davon eigentlich gar nicht zeigen, weil ich glaube, Akamomir momentan nicht in so einem guten Spot ist unbedingt, dass man den so häufig sieht. Also wenn ihr in den Kommentaren sagt, Dugi, was laberst du da eigentlich? Hier, guck mal, so nutzt man Akamomir und das ist so richtig krass. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich kann ja auch nur dazulernen, aber was ich so momentan so sehe, ist, dass Akamomir eigentlich nicht so eine richtige Rolle spielt momentan unter den Ifrits. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er sogar der nutzloseste ist. Also, ja, ich würde mich mal raushängen aus dem Fenster und würde sagen, dass Akamomir wahrscheinlich doch der schlechteste Ifrit ist. Momentan zumindest. Auch wenn er eine Speed-Lead hat, die 24% gibt. Ja, ist das zwar nett, aber ansonsten, hm. Was macht er in seiner Erweckung? Seine Erweckung gibt ihm ein Crit-Rate. Okay, das ist nochmal ein Plus zumindest, ja. Würde ihn in Richtung Damage-Bild wieder schieben, aber hm. Ich würde sagen, das war zu Akamomir. Mehr kann ich dazu erstmal nicht beitragen. Hoffentlich wird er mal ein bisschen mehr nutzvoller oder hoffentlich haben wir noch, vielleicht gibt es ja auch Leute da draußen, die ihn mal vorstellen können, wie man ihn ganz anders ruht und vielleicht auch richtig nutzt. Aber ich glaube, momentan ist das eher nicht der Fall. Wir gehen weiter zur Licht-Version von den Ifrits und schwenken rüber zu Elsharion. So, der Licht-Iffrit Elsharion ist ein Monster, was sehr ähnlich ist zu Tesarion und zu Theomas, zumindest was die Base-Werte angeht und was auch die anderen ersten beiden Fähigkeiten angeht. Die sind quasi identisch. Die Base-Werte sind so eine Mischung aus Tesarion und Theomas, ja. Also der ist so ein bisschen dazwischen von seinen Base-Stats her. Sein Passiv macht ihn wiederum sehr unik und aus meiner Sicht auch recht stark. Er kann nämlich mit seinem Passiv dafür sorgen, dass jede seiner Fähigkeiten positive Effekte stehlen kann. Also das bedeutet quasi Buffs runternehmen vom Gegner und auf sich selbst draufpacken und ergänzend dazu noch auf seinen Verbündeten verteilen. Ein ziemlich solider Wert. Also normalerweise, man kennt ja den von Chilling, der klaut die halt nur für sich selbst. Aber er verteilt das Ganze noch auf seinem gesamten Team. Richtig stark. Und der zweite Nachsatz ist hier wieder wichtig. Die Angriffskraft wird erhöht bei Elsharion, je mehr Buffs er hat. Also und zwar um 30 Prozent. Auch nicht schlecht. Das heißt, vielleicht ist es hier sogar sinnvoll, mit Wille zu starten auf ihm oder mit irgendeinem Rundset, was ihm schon direkt einen Buff gibt. Ja, dann hat er schon mal direkt 30 Prozent mehr. Das ist sozusagen Elsharion. Ich habe jetzt schon lange gesucht nach ordentlichen Elsharions, muss ich ehrlich sagen. Und so viele stehen momentan nicht draußen. Weiß nicht warum. Ich habe aber einen gefunden, der ziemlich gut ist. Also der ist wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob jetzt die Einsteiger vielleicht ein bisschen abgeschreckt werden, aber der ist wirklich sehr, sehr gut geruhnt. Und ich glaube, wir gucken uns den mal zuerst, an und dann erkläre ich noch ein bisschen dazu, was man vielleicht noch alternativ machen kann. So, und den Elsharion, den wir uns heute angucken, der ist von dem guten Knight. Man kennt ihn vielleicht aus dem Twitch-Umfeld, der gute X Knight. Ich glaube, der hat auch mit Compto schon die ein oder andere Kooperation gemacht im Twitch-Umfeld. Hat doch schon das ein oder andere Turnier gecastet. Übrigens solide Performance. Ich glaube, das hatte ich schon mal gesagt, in irgendeinem anderen Video. Aber den kann man sich angucken, den Kollegen, gerade was den PvP-Aspekt angeht. Und da schauen wir uns mal den guten Elsharion an. Und das ist einer der wenigen Elsharions, die ich gefunden habe, wo ich sagen würde, yes, der ist gut geruhnt. Also der hat Stats, ja. Ich hab sonst, was ich sonst so gesehen habe, waren halt immer so Speed, Crit, Damage, Attack-Werte. Also nicht, dass das jetzt schlecht wäre, aber da sind dann meistens halt wirklich auch nur Speed, Crit, Damage und Attack drauf gewesen. Vielleicht noch ein bisschen Crit-Rate und mehr war es dann schon. Und mehr war es dann auch schon nicht. Der Elsharion sieht ja wirklich, also vom Skin her erstmal richtig gut aus. Ist auch der beste Elfrit-Skin. Leider nicht frei verfügbar. Und der Kollege ist hier auf einem Energy-Gegenangriff bildet. Ich weiß nicht, ob das intended ist oder nicht. Ich hätte eigentlich erwartet, dass Elsharion vielleicht auch direkt mit so einem Bild startet, der ihm einen Buff gibt. Einfach wegen seinem Passiv. Das ist ja hier aber nicht immer die Frage, wie der auch in der RTA am Ende geruhnt ist. Sollte er ihn in der RTA überhaupt mal benutzen? Und wofür er ihn hier überhaupt benutzt, ist auch die Frage. Er holt sich hier noch recht viel ATC aus den Artefakten, was sehr intelligent ist aus meiner Sicht. Und ist hier auf einem sehr schnellen Bild. Plus 157 Speed. Das ist freaking fast. Also auch wenn das hier nicht so runen sind, die ich jetzt erwartet hätte, die Speed-Werte hätte ich auf einem Elsharion auch nicht erwartet. Also plus 157 Speed. 500 Dev ist solide. 10.000 Leben ist auch solide, wenn man sich die Speed-Werte anguckt. Und jetzt könnte man sagen, ja, Crit-Rate fehlt natürlich noch ein bisschen, aber du musst erst mal den Speed hinkriegen bei den Crit-Rate. Ein bisschen ACC ist noch dabei. Crit-Damage ist, glaube ich, auch völlig fein. So die untere Grenze. Und die restlichen Werte sind ziemlich solide aus. So kann man Elsharion ruhen. Wenn ich mir die Monster-Info wieder angeguckt habe, Leute, ihr findet nicht einen ordentlich geruhnten Elsharion. Auch in den World-Boss-Scores ist es schwierig, wirklich einen gut geruhnten Elsharion zu finden. Wundert mich eigentlich. Ich würde eigentlich denken, dass es ja deutlich besser ist als Akamamir, aber irgendwie entweder übersehen oder nicht so gut genutzt. Vielleicht liegt es auch daran, dass man Elsharion wirklich richtig gute Runen geben muss. Und naja, der Durchschnittspieler hat halt keinen richtig guten Runen. Weiß ich nicht, aber Elsharion ist, ja, der ist ein richtig gutes Beispiel für einen gut geruhnten Elsharion. Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch Sinn macht, Elsharion auf den Violent-Scent zu packen. Gegenangriff ist, ja, das ist mal die Frage, wie man ihn nutzt. Ich bin mal sehr gespannt, ob der gute Knight hier ihn auch, sag ich mal, so in RTA benutzt. Wahrscheinlich nicht, wenn er überhaupt in RTA benutzt. Wahrscheinlich nutzt man in RTA gerade momentan sowieso andere Units. So könnte auf jeden Fall ein Elsharion aussehen. Auf einem, das hat man schon gezeigt hier, Speed, Crit, Damage, Attack, Bild. Haben wir ja sonst auch immer gehabt. Also wenn ich jetzt andere Bilds gesehen habe, war auch immer Speed, Crit, Damage, Attack, meistens the way to go. Ich meine, ich weiß nicht, ob er so schnell sein muss, der Ifrit hier, aber der, also ich sag mal so, für die Anfänger, wenn ihr mit plus 100 Speed startet, ist das eine solide Baseline, ja. Und wenn ihr dann noch versucht, zusätzlich zu Attack, noch HP und Defense zu pushen mit Crit, Rate, Crit, Damage, ist das, glaube ich, ein guter Einstieg. Ihr müsst ja nicht auf 157 Speed, also gerade für die Anfänger nicht. Also nicht, dass ihr euch jetzt direkt discouragen lässt, also euch entmutigen lasst hier, dass ihr hier quasi, erst mal meint, ja, wie soll ich denn das hinkriegen? Also das ist schon solide Werte und einer der wenigen Licht-Iphrits, die ich gefunden habe, aber die wirklich solide Werte haben. So, wir gucken uns jetzt noch mal das Monster an, was so ziemlich jeder kennt, das ist der gute Vero-Moss und dann schließen wir das Video zu den Ifrits. So, Vero-Moss ist die letzte, oder der letzte der Ifrits, sozusagen die letzte Version der Ifrits im Element Dunkelheit, die in dem ist eigentlich, jeder sollte eigentlich schon mal über Vero-Moss gestolpert sein. Jeder sollte vielleicht eigentlich auch schon wissen, wie man ihn ruht. Und ich denke mal nicht, dass der Großteil der Leute hier einschaltet und wegen Vero-Moss-Guide. Vero-Moss ist, ja, hat die quasi ein ähnliche Skillset wie alle anderen Ifrits zuvor. Also er ist quasi eine Mischung aus allen anderen davor. Er hat Mega Smash wie alle anderen. Er hat Super Crush wie das, was Akammermi hat. Und er hat ein Passiv wie die anderen drei, die ihn Passiv haben. Also er ist ja quasi eine Mischung aus allen vier davor. Und Mega Smash, wieder diese Speed Scaling hatten wir ja schon mal. Super Crush ist wieder dieser auf Max-HP basierende Schaden, der betäuben kann auf alle Gegner. Und der Passiv sorgt jetzt dafür, dass schädliche Effekte, also dass ein schädlicher Effekt pro Verbündeten runtergenommen wird. Und gleichzeitig dafür werden die Verbündeten um jeweils drei Prozent geheilt pro schädlichen Effekt, der entfernt wird. Also das ist quasi so ein Support Skill, was mich hier so ein bisschen wundert, wenn man sich die Base Stats mal wieder anguckt. Er hat eine Fähigkeit, die auf Max-HP Damage macht und auf Speed Scaling Damage macht und ansonsten eher nichts, was so wirklich mit den Base Stats zusammenspielt. Warum hat Veromos nur 9000 Base HP? Macht für mich keinen Sinn. Alle anderen haben die 10.000 locker geknackt. Warum ist die Rückhalt-Unit, die ein Support darstellt, diejenige Unit mit dem wenigsten Base HP? Also ich kann verstehen, dass sie vielleicht die Unit ist, die am wenigsten Attack hat, vielleicht ein bisschen mehr Defense, aber auf jeden Fall sollte sie HP haben. Macht für mich vom Design her nicht so viel Sinn, aber gerade auch, wenn ich mir die zweite Fähigkeit angucke, ja gut, schön, dass sie dann da ist. Er hat im Übrigen noch einen HP-Leader-Spell, den ich jetzt fast vergessen hätte. 33 Prozent HP-Lead, nicht so schlecht, kann man nutzen. Allerdings im Early Game wird man wahrscheinlich Sigmarus nutzen, der viel mehr bringt. Veromos ist wahrscheinlich eine Unit, die man jetzt momentan neben Akama mir stellt und nicht mehr nutzt, also quasi im Lager liegt. Und Veromos ist ein guter Counter zu Jun, der Lichtpaladinen. Ja, also wenn man mal Probleme mit vielen Junts hat, dann ist Veromos durchaus ein guter Counter wegen seinem Passiv, weil der Passiv kann halt auch Provokes entfernen. Ansonsten, ich glaube, ja, man kann ihn halt noch im Riesen benutzen. Ich habe ja auch schon mal ein Video dazu gemacht, wo man Veromos mit benutzt, aber dann wird euer Riesen-Run einfach sehr langsam. Also, und ich weiß nicht, ob es sich so unbedingt lohnt, Veromos auf Attack zu bauen. Also, man kann Veromos auch ein bisschen Attack geben und Speed natürlich, dann drückt ja auch mit seiner ersten Fähigkeit ganz gut Schaden, aber ja, es ist halt so, gerade wegen seinem Base-HP, dann hätte er halt nicht so viel aus und das ist halt nicht so schön. Und ja, wir gucken uns einfach mal an, wie man ihn runen kann. Ich habe jetzt diesmal gar nicht die Monster-Info gecheckt für Veromos, aber ich tippe mal, dadurch, dass er so lange im Spiel ist und dass der bestimmt jetzt auch schon dezente Rezensionen bekommen hat. Oder, hier ist einer mit 6000 Upvotes, lasst go play, hat keine Runen, alles klar. Top Vero von irgendjemandem. Zumindest hat er Stats, ja, ob er jetzt auf dem richtigen Set ist. Aber ich glaube, die Richtung ist schon mal in Ordnung. Ich habe mir wieder welche aus den Worldbox-Scores rausgesucht, ja, nämlich, ich glaube, zwei, wenn ich sogar drei, drei Stück habe ich mir rausgesucht, die wir uns jetzt einfach mal genauer anschauen und würde sagen, wir springen mal rein. So, den ersten VeroMoss, den wir uns mal anschauen, ist von dem guten Saga oder wie heißt Saga? Der Kollege hat zwei VeroMoss und das ist eigentlich ganz gut für das Video zumindest, weil, wie soll ich sagen, dann kann ich direkt mal zwei verschiedene Bilds zeigen, wie man VeroMoss bauen kann. Das ist, glaube ich, so ein Bild, den eigentlich jeder kennt. Auf Vero gerohnt, Speed, HP, HP, glaube da erzähle ich jetzt keine große Magie. Worauf ihr achten müsst, dass ihr nicht die Defense vergesst, ja, viel HP ist gut, ja, also das ist schon sehr gut, solide Werte hier mit HP und vergesst das Tempo auch nicht, also ein Plus 100 würde ich sagen, ist wieder so das Minimum, gilt eigentlich für alle Elfrids, Plus 100 ist nicht so schlecht und, ja, ACC kann auch helfen, zumindest für die Dots, dass er halt mehr Dots drauf packt. Das ist quasi eine Variante, wir gucken uns nochmal an, wie die zweite Variante jetzt hier nebenbei aussieht. Der ist nämlich ein bisschen anders gebaut, nämlich mehr auf dem Crit Damage Bild, auch interessant, so kann man, wie Romhaus auch bauen, Speed, Crit Damage, HP und hat hier sogar noch sehr viele Tags in den Subcets, wenn ihr das mal richtig beobachtet und das ist auch sehr gut, wenn man den auf Crit Damage baut, ist glaube ich so die 130 Crit Damage Minimum und ein bisschen mehr kann natürlich immer, tut nicht weh, ja, und dann, wie gesagt, Speed, ich glaube, der könnte so ein bisschen mehr Speed vertragen, wenn er so Plus 100 Speed hätte, wäre der wahrscheinlich, dann wäre der richtig solide, aber der hat auch schon so sehr effiziente Werte, wenn man sich das mal so anguckt, Speed, Crit Damage, HP wie gesagt und, was sagen die Artefakte, ACC auf der ersten, Erholung auf der zweiten, okay, Erholung bräuchte er aber wahrscheinlich auf der dritten, auf dem Passiv, wahrscheinlich haben wir die, wenn ich jetzt so sehe, die Artefakte haben wir noch ein bisschen Spielraum nach oben, das heißt, wenn man die dritte Fähigkeit, wenn man hier auch noch ein Artefakt hat mit Erholung, könnte das hier wahrscheinlich auch noch nach oben gehen weiter, dann würde das quasi noch mehr heilen, aber ob es jetzt wirklich so worth ist, da nochmal so viel da drauf zu geben, weiß ich nicht, ja, das sind so zwei Möglichkeiten, wie man ihn bauen kann, ich zeige euch jetzt nochmal eine dritte Möglichkeit, der glaube ich noch ein Stück schneller ist, wenn ich mich recht entsinne, das müsste von dem guten Zero sein. So, und wir sind hier wieder auf dem, auf dem Account von dem guter, beziehungsweise auf dem Profil von dem guten Zero aus der Gilde Requiem und wir schauen uns jetzt mal ein bisschen genauer an, wie er eigentlich sein Veromos geruhnt hat. Ah ja, hier ist erstmal ein gehörnter Frosch, alles klar, das ist nicht Veromos, das ist Veromos, deutlich schneller geruhnt, aber auf keinem Crit Damage Bild, wieder auch so sehr ähnlich zu dem ersten, den wir gesehen haben, der Skin, Junge, der Skin, auch wieder, okay, hier ist auch wieder nicht die besten Runen drauf, aber der ist hier, ach das ist interessant, also wenn ich dem Bild so gesehen hätte, hätte ich erstmal gedacht, Speed HP HP, der Kollege hat den auf Speed Attack Prozent, HP Prozent. Okay, und hier fehlen sogar noch Artefakte, also hier ist sogar noch deutlich was drin, also hier könnte man zumindest nochmal die Attack hochziehen oder, was ich auch mal, die Fans noch hochziehen, irgendwas, oder generell umruhen, also ich glaube, hier wäre sogar noch auf dem Veromos ein bisschen mehr möglich, aber die Frage ist auch immer, wie viel Liebe will man so einem Veromos geben, wenn man den quasi eigentlich nutzt man den überhaupt momentan, vielleicht maximal für den Gild- und Belagerungskampf als Counter gegen Jun-Defenses, maybe, oder gegen generell so eine CC-Defenses, macht das vielleicht Sinn, also beziehungsweise nicht CC, sondern so eine Defenses, die halt mit Dots arbeiten oder so eine Späße, wo er die Deos halt runter glänzen kann, wie gesagt, seine dritte Fähigkeit, so sein Passiv, kann ja keine Unfähigkeitseffekte wegmachen, ich glaube, das wäre sehr stark, das würde ihn wahrscheinlich wieder zu stark machen, wenn er auch Unfähigkeitsinfekte entfernen könnte, das ist quasi kurz Überblick gewesen zu den Ifrids, mehr würde ich jetzt zu Veromos und auch generell zu den Ifrids nicht sagen, ich glaube, die interessanteste Unit an sich, zumindest für mich, ist Tesarion, also da geht für mich nichts drüber, danach kommt für mich von der Interessantheit her, ist dir überhaupt ein Wort, von der Interessantheit her würde ich sagen, wäre danach für mich Elsharion, dann Theomas und die anderen beiden so auf gleicher Wellenlänge zusammen hinterher, wahrscheinlich eher noch Veromos vor Akamamir, aber momentan finde ich, der schwächste Ifrit ist für mich Akamamir momentan, jetzt ist es wieder an euch, wenn ihr wieder sagt, wir wollen noch mehr von dem Zeug haben, was ich hier also erzähle, noch mehr, wie baut man bestimmte Monster, dann wieder rein in die Kommentare und derjenige Kommentar mit den meisten Upvotes, über den stürze ich mich dann und das wird dann für mich der nächste Guide werden für Monster und deswegen würde ich sagen, ja, Corvett hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Monsterguide, bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal.